Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich bei so einem Taschenrechner hier von Deg auf Rad bzw. auch vom Gradmaß auf das Bogenmaß richtig umsteigen kann, wenn man irgendwelche Aufgaben mit Sinus oder Cosinus hat. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich merke immer, dass wenn es beim Berechnen um eine Gradzahl geht, wie hier zum Beispiel Sinus von 70 Grad, dass ich dann Deg, was für Decree bzw. auch Grad auf Deutsch steht, benötige und im Taschenrechner also ein kleines D hier setzen muss. Wenn ich eine normale Zahl verwende, wie zum Beispiel Sinus von 0,5 oder Sinus von Pi, dann muss ich meinen Taschenrechner auf Rad bzw. auf R umstellen. Beim Casio FX85DE habe ich hier um jetzt einmal ein R stehen, was für Rad steht, was ich auf ein D umändern möchte, deswegen gehe ich einfach mal hier links auf Shift drauf, anschließend hier auf Setup und jetzt bin ich auch schon bei den Einstellungen, wo ich die 3 drücken kann für Dec bzw. die 4 für Rad. Bei Rad bin ich ja gerade, weswegen ich die 3 hernehme und schon können wir sehen, dass hier oben das R auf D umgeändert worden ist, so wie wir es auch haben möchten. Beim neueren Modell von Casio FX991DE geht es übrigens relativ ähnlich. Ich gehe ebenfalls wieder auf Shift drauf und anschließend muss ich hier auf Setup draufklicken. Jetzt komme ich aber noch in ein übergeordnetes Menü, wo ich einfach mal auf 2 klicken muss, um zu meinen Winkeleinheiten zu kommen. Anschließend kann ich noch mit der 1 hier das Gradmaß bzw. D einstellen oder auch mit der 2 das Bogenmaß oder R und somit haben wir bei unserem Taschenrechner auch schon richtig zwischen Rad und Dec umgestellt. Wenn du dir für zu Hause jetzt irgendwas das neueste Taschenrechner-Modell bzw. auch solche Ersatzbatterien zulegen möchtest, welche man immer mal wieder hierfür brauchen kann, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenhersteller und zu einem relativ günstigen Preis von Asbest hierbei. Du musst dich extra in ein Geschäft hier fahren, sondern das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert. Wenn du dir also eines von diesen Untersuchungen hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.